Bitte, für ein bisschen Zauber. Oh, schaut ja gar mild aus. Oh ja, oben in der Mitte schon. Kein U-turn. Ja, U-turn wäre schlecht. Ist das da rechts Alcatraz? Ja. Schon, oder? Ja. Man kann hier auch rüber gehen als Fußgänger. Ja. Läuft aber auch in Zeiten raus. Das stimmt, ja. Ja. So, das Dixi-Dur haben sie dann mal vorgefahren. Das stimmt. Der link so. Ja. Das ist Alcatraz ausprobiert. Ah, da vorne ist doch schon eine Aussicht drüber. Die sehen doch schon. Das ist auf jeden Fall der Turi. Und dann gibt's halt noch da diesen einen besseren angeblich, wo du die dann halt kleiner im Hintergrund siehst, das ist dann noch weiter raus. Und hier oben ist auch nochmal eine, sehe ich gerade. Ja. Ich hab die schon rausgesucht, also ich kann die dann noch vorlesen. Keine Sorge, keine Sorge. Gibt noch ein bisschen, gibt noch ein bisschen Geschichte. Ja klar, wir studieren ja, wir wollen auch was lernen. Alles klar. Ja. Das ist unsere Geschichte zu Stunden dabei war hier. 2, 3, dann hier noch ein paar Schiffe. Ich schätze mal, das ist Vista Point. Das ist, ja genau, den hab ich gefunden. Der ist aber nicht so gut. Aber da sind da die ganzen Türen zu immer. Ja. Dann nehmen wir jetzt 2, 3 Punkte und dann haben wir, glaub ich, einen. Oder 3. Ja. Das ist aber, glaub ich, nicht der Richtige hier. Bridge Patrol. Naja, weil's halt auch gleich direkt halt hier ist. Da musst du halt eigentlich gar nichts mehr machen. Aber wollen wir uns? Kann man ihn ausmachen? Ja, dann.